Ja, und dann guckt sie mich an und sagt, fünf Monate, fünf Monate, was soll ich denn da jetzt bitteschön machen? Dann komm doch einfach zu mir. Hier ist es total schön und es geht richtig schnell. Na dann wollen wir mal. Hallo? Hallo? Herzlich willkommen in unserer Wohnung mit dem meisten Stauraum und der kleinsten Mieter. Na dann wollen wir mal. Hier ist viel Platz und hier ist das Bad. So, wir könnten dann noch mal hier schauen. Ja, aber der Dreck ist nicht von uns, den machen sie selber weg. Hier ist doch schön, oder? Wissen Sie, ich meine, die anderen Wohnungen sind auch echt super, aber diese hier übertrifft einfach alles. Ich nehme sie. Wann kann ich ihn einziehen? Morgen. Ich kann gleich einziehen? Oh, danke. Also, sie ist jetzt nicht perfekt, aber ich, ähm, ich brauche halt dringend eine Wohnung. Ich nehme sie. Schätzchen. Saniert und bezugsfertig sind unsere Wohnungen erst in fünf Monaten. Aber ich brauche die Wohnung doch jetzt. Ja, kannst du haben. Dem Eigentümer aus München ist es sowieso lieber. Du nimmst die Wohnung jetzt gleich. So wie sie ist. So wie sie ist. So wie sie ist. Vielen Dank.